Neulich Neulich hatte ich einen großen Drang Aus der Bude raus, das war mein Heim Setzte mich in meinen Panzer ein Und fuhr damit in ein Café hinein Doch der Bäcker stand und staunte nur Dass ich so schlecht mit dem Panzer fuhr Über Ladentisch und Stühle weg Fuhr die ganze Bäckerei zu Dreck Panzerfahrer aus Passion Von der größten deutschen Division Panzerfahrer aus Passion Von der größten deutschen Division Ha Panzerfahrer aus Passion Dann fuhr ich zum nächsten Schwimmbad hin Weil mein Panzer wollte schwimmen gehen Da sah ich zu meinem größten Schreck Ne Spionin auf dem U-Boot-Deck Yeah, Mensch, schnell nahm ich das Bootgerät heraus Und machte einen Superfall daraus Dafür bekam ich einen Order Und bin sofort befördert worden Panzerfahrer aus Passion Panzerfahrer aus Passion Von der größten deutschen Division Panzerfahrer aus Passion Von der größten deutschen Division Ich bin sofort befördert worden Und machte einen Superfall daraus Und machte einen Superfall daraus Panzerfahrer aus Passion Panzerfahrer aus Passion